Herzlich willkommen beim Positive Affirmationen Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Wir leben in einer Welt, die oft unrealistische Schönheitsideale propagiert. Ganz gleich, ob in Social Media, im Fernsehen oder in Magazinen. Irgendjemand will uns immer sagen, wie wir aussehen sollten. Dabei ist es eine echte Herausforderung, uns in unserer eigenen Haut wohl und zufrieden zu fühlen, unabhängig von äußeren Idealen und Erwartungen. Dabei ist es eine sehr befreiende Erfahrung, wenn wir lernen, wie wir uns selbst und unseren Körper in allen Formen lieben und schätzen können. Häufig hilft es schon, wenn wir uns bewusst machen, was für Meinungen wir täglich ausgesetzt sind. Es geht darum, freundlich und verständnisvoll mit uns selbst umzugehen. Wenn wir die Einzigartigkeit und Schönheit unseres Körpers erkennen, können wir uns leichter von negativen Gedanken und Selbstkritik distanzieren. Dazu gehört natürlich auch, dass wir versuchen, uns von den negativen Einflüssen fernzuhalten. Stattdessen sollten wir positive und unterstützende Botschaften ganz bewusst suchen und aufnehmen. Um dir den Weg zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz zu ebnen, habe ich vier einfache Schritte für dich aufgeschrieben. Sie sind leicht umzusetzen und helfen dir zu mehr Body Positivity. Du findest den ganzen Beitrag im Blog auf highenergymind.com. Die Affirmationen in dieser Podcast-Folge sind speziell darauf ausgerichtet, dich auf deinem Weg zur Selbstliebe und Körperakzeptanz zu unterstützen. Sie werden dir helfen, ein positives Körperbild zu entwickeln und dich in deiner eigenen Haut wohlzufühlen. Je häufiger du die neuen Glaubenssätze für dich wiederholst, desto schneller und auch nachhaltiger werden sie neue Überzeugungen in dir bilden. Also mach es dir bequem, schließe deine Augen, wenn du magst und lass uns gemeinsam auf eine Reise der Selbstakzeptanz gehen. Fangen wir an! jeder Teil meines Körpers strahlt Liebe und Annahme aus. Jeder Teil von mir ist wertvoll und verdient meine Wertschätzung. Liebe und Dankbarkeit umgeben meinen Körper in jeder Form. Mit jedem Atemzug akzeptiere und ehre ich meinen wunderschönen Körper. Mit leichten Schritten bewege ich mich in meinem geliebten Körper. In jeder Form finde ich Schönheit und Harmonie. Ich bin stolz auf meinen Körper und seine Fähigkeiten. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Ich bin dankbar für meinen Körper und seine Kraft. Ich behandle mich immer mit Sorgfalt und Respekt. Mein Körper ist Ausdruck meiner Einzigartigkeit und Schönheit. Ich liebe jeden Zentimeter meines Körpers. Jeder Teil meines Körpers strahlt Liebe und Annahme aus. Jeder Teil von mir ist wertvoll und verdient meine Wertschätzung. Liebe und Dankbarkeit umgeben meinen Körper in jeder Form. Mit jedem Atemzug akzeptiere und ehre ich meinen wunderschönen Körper. Mit leichten Schritten bewege ich mich in meinem geliebten Körper. In jeder Form finde ich Schönheit und Harmonie. Ich bin stolz auf meinen Körper und seine Fähigkeiten. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Ich bin dankbar für meinen Körper und seine Kraft. Ich behandle mich immer mit Sorgfalt und Respekt. Mein Körper ist Ausdruck meiner Einzigartigkeit und Schönheit. Ich liebe jeden Zentimeter meines Körpers. Jeder Teil meines Körpers strahlt Liebe und Annahme aus. Jeder Teil von mir ist wertvoll und verdient meine Wertschätzung. Liebe und Dankbarkeit umgeben meinen Körper in jeder Form. Mit jedem Atemzug akzeptiere und ehre ich meinen wunderschönen Körper. Mit leichten Schritten bewege ich mich in meinem geliebten Körper. In jeder Form finde ich Schönheit und Harmonie. Ich bin stolz auf meinen Körper und seine Fähigkeiten. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Ich bin dankbar für meinen Körper und seine Kraft. Ich behandle mich immer mit Sorgfalt und Respekt. Mein Körper ist Ausdruck meiner Einzigartigkeit und Schönheit. Ich liebe jeden Zentimeter meines Körpers. Ich bin dankbar für meine Arbeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin dankbar für meine Gestalt und Frankreich. Ich bin dankbar für meine Lieblings Untertitelung des ZDF, 2020